Moin und herzlich Willkommen zu Dabonias Testwelt. Ich habe euch wieder eine Box von World of Sweetsplit gebracht und wieder die Neuheitenbox. Diesmal eine schöne große Box, finde ich. Also von der Größe her schon mal nicht schlecht. Diesen Monat auch wieder Kostenpunkt 15,99 für den Monat Mai. Soll aber einen Warenwert von über 25 Euro enthalten. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Ja und wieder für mich leider, für euch gut, ist diese Box wieder nicht für mich, sondern geht nachher dann an einen von euch. Das heißt, ich verlose diese Box wieder. Wie genau, da kommen wir dann gleich am Ende nochmal drauf. Wir wollen natürlich erstmal schauen, was denn drin ist. Also wer mir jetzt wirklich schon länger folgt, der kennt das natürlich schon. Jeden Monat stelle ich jetzt mittlerweile diese Box von World of Sweets vor. Anfang des Monats kommt dort immer eine neue Box mit eigentlich immer neuen Produkten. Also bei mir war es auch wirklich so, dass ich die Produkte bisher nicht kannte. Teilweise natürlich kennt man die Marken, von denen die Produkte sind. Aber also ich fand wirklich immer sehr neue Produkte. Ja, ein Kostenpunkt war meistens bis jetzt so zwischen 12 Euro und 16 Euro immer. Wie gesagt, seit Anfang des Jahres verlose ich die dann halt auch monatlich. Das heißt, wer jetzt neu eingeschaltet hat, gerne folgen. Einfach mal Kanal abonnieren, dann habt ihr jeden Monat die Chance, diese Box bei mir zu gewinnen. So. Einmal Papierchen weg. So sieht es erstmal aus. Wir schauen mal ab. Packt wir mal von der Seite aus. Wir haben eine Packung Kekse Pan di Stelle Latte Fresco Italiano. Also so italienische Kekse mit Sternen. Immer mit Sternen. Da denkt man natürlich im ersten Moment immer so an Weihnachten. Das erinnert einem meistens so daran. Aber ich weiß nicht, steht hier irgendwie was drauf. Hinten sieht es nach Nuss und ich denke mal Milch, Kakao aus. Sind bestimmt lecker. Also eine Packung, ob sie stehen bleibt. Sie bleibt stehen. So, als nächstes von Tuk Mini Bake Rolls Barbecue Geschmack. Also die hier, kannte ich jetzt wirklich schon. Aber Geschmack Barbecue noch nicht. Als nächstes haben wir auch einen Kuchen. Von Balsen Comtes Mohn Zitrone. Also sagen wir mal so den normalen, also hier sieht man das dann, normalen Zitronenkuchen kennt man ja von Balsen und Mohn vielleicht auch. Und hier haben wir jetzt so ein bisschen demix. Das ist ja auch nicht schlecht. Eine Packung Schogetten Crunchy Peanut Butter. Das ist bestimmt süß, aber bestimmt auch lecker. Noch ein bisschen Schokolade und zwar von Niederegger. We Love Chocolate. Er ist knackig, dann zartschmelzend immer schokoladig. Also Niederegger verbinde ich im ersten Moment eigentlich immer mit Marzipan. Aber das scheint jetzt wirklich reine Schokolade zu sein. Vor allem die Schokolade mit Zitronen-Magermilch-Creme-Füllung. Hm. Also mal, also wirklich was ganz so. Also Niederegger verbinde ich immer mit Marzipan. Ich weiß nicht, wem das von euch genauso geht. Ich wusste auch bisher nicht, dass sie noch irgendwie Produkte haben ohne Marzipan. Oder ist da vielleicht irgendwie Marzipan mit drin? Ich schaue mal eben kurz drauf. Nein, es scheint wirklich komplett ohne Marzipan zu sein. Also wirklich Schokolade. Na, bleibst du stehen? Dann bleibst du wahrscheinlich nicht stehen. Suchen wir auch mal so. Hm. 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 Dann müssen wir sie leider hinlegen. Als nächstes haben wir eine Tüte. Nimm zwei Lachgummi-Cola-Flaschis. Also ich mein, nimm zwei Lachgummis. Kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. Gibt's ja nun auch schon mehrere Jahre lang. Und jetzt haben wir hier Cola-Flaschis. Also kleine Cola-Flaschen. Dann aber ein bisschen gemixt. Man sieht das hier. Zitrone, Apfel, Kirsche. Also ich sehe es zumindest vom Namen. Ja, jetzt hoffentlich auch. Das ist dann mit Pfirsich, Maracuja, Kirsche, Apfel, Brombeere, Zitrone und Orange. Und dann halt immer mit Cola. In dieser Box haben wir auch mal wieder was zu trinken mit dabei. Und zwar 4bro Iced Tea Aprikot Strawberry. Also Aprikose-Erdbeer-Geschmack. Das schmeckt bestimmt sehr süß. Haben wir einmal ein Getränk. Wir haben Kit-Kat Hazelnut Flavor. Also mit normalen Kit-Kat und dann mit Haselnuss-Geschmack. Oh, hält. Ein Knoppers. Aber ein bisschen was anderes. Knoppers-Joghurt. Ein Becherchen von Maryland. Snack-Nüsse. Geröstet und veredelt mit Honig und Salz. Also einmal ein kleiner Nuss-Mix. Und zu guter Letzt noch mal Kit-Kat. Diesmal richtig ausgesprochen. Und zwar Frühstücks-Cerealien von Kit-Kat. Also meine Kinder, die essen ja auch alles Mögliche. Mögen alles Mögliche. Aber die habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Gab es zumindest so bei uns hier in der Gegend noch nicht. Vielleicht entdecke ich die ja demnächst auch mal beim Einkaufen. Also auch was zum Frühstücken mit dabei. So. Das ist... Na gut, dann bleibt es halt liegen. Das ist also unsere Neuheiten-Box. Mai von World of Sweets. Kostenpunkt derzeit 15,99. Wer jetzt sagt, den Inhalt finde ich total super. Aber ich habe keine 15,99 auszugeben. Der kann jetzt versuchen, diese Box bei mir zu gewinnen. Ablauf eigentlich wie die letzten Monate. Ich hätte gerne einen Kommentar von euch. Und zwar... Hm... Ich muss mir natürlich mal was ausdenken. Und zwar möchte ich wissen, ob ihr schon mal von Niederecker irgendein Produkt gegessen habt, wo kein Marzipan drin ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann seid ihr mit dem Lostopf. Ablauf ist ungefähr so wie beim letzten Mal. Also wer das letzte Video gesehen hat, der weiß das. Und zwar werde ich das ein bisschen anders machen. Ich werde drei Leute auslosen. Der Erste hat dann 48 Stunden lang Zeit, sich zu melden. Sollte er sich innerhalb von 48 Stunden nicht melden, würde das automatisch an den Zweiten gehen. Der hat dann auch wieder 48 Stunden Zeit. Und danach der Dritte. Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe es jetzt, wie gesagt, ich verlose jetzt seit Januar schon ein paar Mal gehabt, dass man dann in Anführungsstrichen hinter den Gewinnern hinterherläuft. Wo ich mir dann immer denke, naja, wenn ich irgendwo mitmache, sollte ich vielleicht auch dann zwischendurch mal unter das Video gucken, ob ich vielleicht irgendwie erwähnt werde. Ja. Ansonsten, also beim letzten Monat, im letzten Monat hat sich das übrigens, hat das super geklappt, dass die Gewinnerin sich die Erste sofort gemeldet hat und sich hoffentlich über ihre Neuheitenbox auch gefreut hat. Ja. Ansonsten sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert fleißig. Achso, Gewinnspiel läuft natürlich ab jetzt und dann bis Dienstagabend 23.59 Uhr. Und ich werde versuchen, das dann unter dem Mittwochsvideo gleich zu kommentieren, wer gewonnen hat. Auch unter diesem Video werde ich es dann nochmal separat. Und ich werde es auch versuchen dann noch im Community Chat, sodass eigentlich der Gewinner, die Gewinnerin das schon mitbekommen sollte. Hoffe ich. Ja. Ansonsten, wer die Box jetzt gewinnen möchte, viel Glück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.